Hunderttausende von Rindern werden jährlich aus der ungarischen Tiefebene, aber auch aus bestimmten polnischen Gebieten, nach Westen getrieben. Das ist die zentrale Fleischversorgung Wiens. Die Wiener Rindfleischküche, die hat dort ihren Ursprung. ORF 3 präsentiert Österreich die ganze Geschichte. Der History Podcast mit Mariella Gitler. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Österreich die ganze Geschichte. Heute wollen wir über Revolutionen der Landwirtschaft und der Ernährung im Mittelalter und der frühen Neuzeit sprechen. Und das tun wir, wie schon in den vorherigen Folgen, mit Professor Landscheiner. Achtung, Klischeefalle. Fangen wir vielleicht gleich mit der ersten Kategorie an. Was sind denn da die größten Legenden in diesem Zusammenhang? Es gibt die Vorstellung, dass bestimmte Speisen, bestimmte Arten, Nahrung zuzubereiten, ethnisch konnotiert werden. Also die Italiener und die Pizza und die Tomatensauce und die Österreicher und der Schnitzel und so weiter. Was tatsächlich aber der Fall ist, ist, dass sich da ständig etwas mischt und dass da Fusionen stattfinden. Und die, wenn wir in die europäische Geschichte zurückgehen, ja, dann ist wohl die wichtigste Fusion, die oder der wichtigste Kulturtransfer ein gegenseitiger Austausch, der zwischen dem mediterranen Raum, ja, wo auch schon in der antiken Kultur Weizen, Wein und Olivenöl die zentrale Trias darstellen. Also das sind die Grundbestandteile der mediterranen Ernährungsgrammatik, wenn ich das einmal so bezeichnen darf. Und wenn man jetzt aus diesem mediterranen Raum rausgeht im Frühmittelalter, ja, dann landen wir in einer Welt, wo viel mehr Fleisch eine viel größere Rolle spielt, Milch und dann auch schon früh Bier. Und das trifft jetzt aufeinander, schon im zweiten, dritten Jahrhundert. Hier tritten Mischungen ein, die sich dann im Frühmittelalter intensivieren, ja, und das kann man jetzt natürlich auch durch die Geschichte weiter verlängern. Ein wichtiger Punkt dabei ist sicher im 16. Jahrhundert das, was wir in unserer Fachterminologie als Columbian Exchange bezeichnen. Das ist schwer ins Deutsche zu bringen, im Deutschen klingt es ein bisschen halberdatschert als kolumbianischer Austausch. Aber was meint das, nicht? Das Zusammentreffen von zwei Biosphären, die über sehr, sehr lange Zeit, über Jahrtausende getrennt waren. Und durch die Eroberung der Amerikas und die Kolonisierung der Amerikas findet jetzt ein massiver Austausch von Flora und Fauna statt. Und vieles, was es nur zunächst in den Amerikas gab, die Kartoffel, die Tomate, den Kürbis, die Paprika, die Chilis, ja, reisen jetzt nach Osten. Der Mais vor allem auch, das hätte ich fast vergessen. Das ist ziemlich zentral und nicht nur für Europa, auch für Afrika, auch für Asien, für China. Und in die Gegenrichtung reisen sehr stark Tiere, Pferde, Schweine etc., die massive Veränderungen in den Amerikas auslösen. Was nicht mit Ernährung zu tun hat, aber massive Konsequenzen hat, dass in diesem biologischen Musterkoffer, wie Alfred Crosby das bezeichnet hat, den die Europäer quasi metaphorisch mit sich tragen, ja, da auch Lebewesen drinnen sind wie Bakterien und Viren, ja. Und die lösen in den Amerikas einen Holocaust aus. Im Laufe des 16. Jahrhunderts verschwindet 90% der amerikanischen indigenen Bevölkerung. Nicht, weil sie jetzt von den Konquistatoren alle massakriert worden wären, das gab es auch, aber die wären da viel zu wenige gewesen, sondern weil Krankheiten, an die die Europäer lange gewöhnt waren, also, wenn Sie so wollen, Masern, ja, Kinderkrankheiten, wo die Europäer eine Immunität entwickelt hatten im Laufe der Zeit, aber auch die Bocken, ja, die plagen auch die Europäer, mitreisen in diesen Musterkoffer. Also, man könnte sagen, das löst in weiten Teilen der Welt dieser Austausch auch eine Art Revolutionierung der Ernährung aus, aber langsam, ja, das geht nicht plötzlich. Nahrung ist etwas, was wir im Bauch haben, sozusagen, und das ändert sich nur sehr langsam. Es dauert unglaublich lange, bis die Kartoffel, wenn man Irland ausnimmt, dort hat das die allerersten Auswirkungen, irgendwie überhaupt akzeptiert wird als eine Bodenfrucht, die ein im 18. Jahrhundert sich aufturendes Loch durch starke Bevölkerungsanstiege stopfen kann. Aber die Europäer akzeptieren das nur sehr zögerlich, die sehen das zunächst einmal als Viehfutter. Und erst durch massive Propagandierung, da werden die Pfarrer eingesetzt, da werden die sich bildenden Agrikulturgesellschaften, wo wiederum die Oberschicht eigentlich sitzt, eingesetzt, um so der breiten Masse klarzumachen. Ja, das ist ein Nahrungsmittel, das auf kleiner Fläche, kann man damit viele Kalorien erzeugen, esst das. Ein anderer Punkt ist der Mais. Der ist etwas früher dran, als die Einbürgerung der Kartoffel in die europäische Ernährungsgrammatik. Das ist ein Prozess des 17. Jahrhunderts. Bekanntlich hat schon Kolumbus Mais mitgenommen, als er dann zurückgereist ist. Aber zunächst landet das alles in irgendwelchen Schaugärten oder wandert dann langsam aus den Gärten auf die Felder. Ein Problem war, dass die Spanier zwar den Mais mitgenommen haben, aber nicht das Kochrezept. Auch heute noch wird Mais in den Amerikas zubereitet, also von der indigenen Bevölkerung, die es ja noch immer gibt, so dass er in einer Kaltlösung gekocht wird und dann daraus die Tortillas gefertigt werden. Und das schließt einen Bestand des Vitamin-B-Komplexes auf, das Niacin, der wichtig ist, wenn man hauptsächlich sich von Mais ernährt. Sonst ist das eine sehr einseitige Ernährung. Im Maisgürtel, der sich in Europa bildet, von Nordspanien über Südfrankreich und dann vor allem Norditalien und in den westlichen Balkanraum bis hinein dann auch in die Steiermark. Dort wird Mais im Laufe der Zeit zu einem Grundnahrungsmittel für breite Schichten der Bevölkerung. Also bäuerliche Untertanen, die zwar auch was anderes anbauen, aber das müssen sie dann vor allem als Abgaben abgeben an die Herren des Landes. Und sie ernähren sich immer mehr dann von Mais oder Polenta. Und das hat zur Folge, dass die Pelagra-Gebiete werden, einem Vitaminmangel, der wiederum die Körper kennzeichnet. Das sieht man den Menschen an, sie sind grau, sie haben Hautexzeme und so weiter. Und das hat, in Norditalien hatte das bis ins 19. Jahrhundert hinein massive demografische Auswirkungen. Winner und Loser Kommen wir zur nächsten Kategorie. Echt irre ist ja natürlich auch, dass diese Revolution der Landwirtschaft, das hat sich ja auch massiv auf die Gesundheit der Bevölkerung ausgewirkt. Ich glaube, man muss da weiter ausholen. Wir haben jetzt vom Konsum gesprochen, vom Nahrungsmittelkonsum. Wie werden sie denn produziert? Und da ist, glaube ich, ein zentrales Datum der Beginn des europäischen Hochmittelalters. Man kann das wahrscheinlich im 11. Jahrhundert ansiedeln, aber da müssen wir ein bisschen flexibel denken. Was stattfindet, ist im Zuge des mittelalterlichen Bevölkerungswachstums, und im Hochmittelalter verdreifacht sich die europäische Bevölkerung, eine massive Vergetreidung. Ab dem ca. 11. Jahrhundert wird Getreide zum Grundnahrungsmittel der Europäer. Und Getreide heißt Brot. Also gib uns heute unser tägliches Brot. Das ist so zentral. Und diese Vergetreidung, nicht nur auf der Basis des Weizens, der aus dem mediterranen Raum kommt, sondern neuer Getreidesorten, die widerstandsfähiger sind, die man auch in eher kühlen, feuchteren Gebieten anbauen kann, wie der Roggen. Oder dazu kommt dann auch, völlig unterschätzt, es ist fast verschwunden aus unserer Ernährungsweise Hirse. Hirse spielt auch in Europa eine große Rolle. Es gibt bestimmte Gebiete im niederösterreichischen Weinviertel, wo massiv Hirse produziert wird, noch im 16. und 17. Jahrhundert. Und dann auch Gerste und Hafer wird ganz wichtig als Tierfutter. Und an dieser Vergetreidung hängt ein ganzer technologischer Komplex. Die Pflüge, die Mühlen, um das Getreide zu verarbeiten, zu Mehl zu verarbeiten, um daraus Brot herzustellen zu können. Diese Mühlentechnologie ist dann nicht nur für die Ernährung und die Landwirtschaft wichtig, sondern Wasserkraft ist eine zentrale Antriebskraft, auch für andere Sektoren, in der Textilherstellung, in der Eisenherstellung und so weiter. Europa überzieht sich im Hochmittelalter mit einem dichten System von Mühlen. Und nicht nur zum Getreide mahlen. Dann hängt daran eine Sozialstruktur. Weil am Land hat man einerseits bäuerliche Betriebe, die über Pflüge und Zugtiere verfügen. Und das sind, wenn man so will, der wohlhabende Teil der bäuerlichen Bevölkerung. Und dann gibt es aber eine andere breite und immer breiter werdende Schicht, die über das nicht verfügen, die dann eventuell mit Haue und Spaten arbeiten, oder aber die Arbeitskräfte für diese wohlhabenderen Bauern darstellen. Und darüber sitzt jetzt noch eine Adelsschicht, die das Land beherrscht, und die Menschen, die dieses Land bebauen und von denen Renten in Form von Arbeit, Naturalien und entwickelter Geldwirtschaft, dann auch Geld beziehen und eigentlich das aus ihrer Existenzgrundlage hat. Was noch dazu kommt, diese Getreide, beziehungsweise die europäische Getreidewirtschaft, die ist keine Bewässerungswirtschaft. Das heißt, sie ist auf Regen angewiesen. Der Regen enthält keine Nährstoffe. Das heißt, man braucht Dünger. Wer liefert den Dünger? Man braucht also Vieh als Düngerlieferant. Und man kann das Vieh dann auf Brachfeldern weiden lassen, und dann liefern die ihren Dünger dort ab, das ist wenig effizient. Oder dann sperrt man sie in Ställe, das ist dann schon effizienter. Aber diesen Dünger braucht es. Und es gibt dadurch eine ständige Konkurrenz in dieser getreidebasierten Landwirtschaft zwischen den Getreidefeldern, wo die menschliche Ernährung, aber auch das Futter, wo die Zücktiere produziert wird, und den Weideflächen für die Tiere. Und bei steigender Bevölkerung ist die Versuchung sehr, sehr groß, die Weideflächen zu reduzieren und in Felder umzuwandeln. Und das führt dann zu Düngermangel. Und das ist so ein Flaschenhals, der bis zu dem Zeitpunkt, wo dann chemisch Dünger hergestellt wird, und das ist spät, das ist zweite Hälfte 19. Jahrhundert, vorher gab es auch Möglichkeiten, also den Guano, den man über den Atlantik geschippert hat, oder bestimmte Erdarten einzubringen, oder, und das war eigentlich ein Zwang, Man musste immer wieder den Boden Erholungsphasen gönnen, Brachphasen. Zunächst einmal jedes zweite Jahr nur bei Bauen, das nennt man dann Zweifelderwirtschaft. Dann großer Fortschritt, eine Fruchtfolge zu entwickeln, eine Dreifelderwirtschaft. Im einen Jahr Wintergetreide, Rocken, Weizen, Brotgetreide anzubauen. Im nächsten Jahr Sommergetreide, Gerste, Hafer. Und im dritten Jahr eine Brachphase einzulegen, nichts anzubauen, aber den Boden musste man trotzdem bearbeiten, weil sonst wäre er völlig verunkrautet. Das stand dann auch als Weidefläche zur Verfügung. So ist das ein ganzer Komplex, der die europäische Wirtschaft und Kultur massiv prägt. Aber er ist nicht immobil, er bewegt sich. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass neue Kulturpflanzen dazukommen. Ein weiter wesentlicher Punkt ist, dass man diese Bodenwirtschaft, diese Form der Landwirtschaft, verbessern und intensivieren kann. Und da setzt dann stark ein im späten 16. Jahrhundert und vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, und hier ist sicher Nordwesteuropa der Pionier, also den Einsatz von Leguminosen, um das Brachfeld zu bebauen. Und das erschließt jetzt plötzlich diese Brachfelder für mehr Futtermittel für die Tiere, nämlich Klee. Dann kann man sie eher im Stall halten, dann kann man die Viehwirtschaft ausweiten. Und ja, das entwickelt sich in Flandern, schon im Spätmittelalter, wird dann von den Engländern übernommen. Und die Engländer sind dann im 18. Jahrhundert das große Vorbild, um das voranzutreiben und auszuweiten. Das geht aber auch wiederum nicht überall in Europa. Im mediterranen Raum stößt das sehr schnell an die Grenzen aufgrund der Wasserversorgung. Klee, wenn es nicht regnet, wächst dort halt sehr, sehr schlecht. Und Kontinentaleuropa wird das im 18. Jahrhundert dann auch massiv von oben gepusht. Die Agrikulturgesellschaften, wo zunächst der Adel sitzt, und Gelehrte, die sehen das, lernen das kennen durch Reisen und versuchen das dann auch in ihren eigenen Herkunftsgebieten durchzusetzen. Was wiederum viele Friktionen erzeugt, wenn man zum Beispiel sich entschließt zu sagen, es ist nicht sinnvoll, die Viecher weiden zu lassen, nicht einmal auf den Feldern, sondern es gibt dann Gemeindeweiden. Dann verliert man den Dünger. Und das ist Bodenverschwendung, diese Kommons, diese gemeinsame Weide. Teilen wir sie auf. Das wird ab Mitte des 18. Jahrhunderts massiv auf den österreichischen Raum gepusht im Zuge dieses Reformabsolutismus. Aber das heißt in der Regel, dass diejenigen, die am meisten darauf angewiesen waren, mit einer Kuh oder ein paar Ziegen, die dort zu weiden, das jetzt verlieren. Und das entzieht denen wiederum zum Teil die Existenzgrundlage. Die werden dann gezwungen, entweder zu weben, zu spinnen oder in die Städte zu gehen. Fun Facts Wir kommen zur nächsten Kategorie. Stimmt es, dass Ungarn heute so karg ist, weil damals sehr viel Fleisch exportiert wurde dort? Ja, also ob die Kargheit Ungarns, also die Tiefebene, kann ich nicht sagen, ob die je bewaldet war. Ja, aber was seit dem 15. Jahrhundert und im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert in zunahmend Ausmaß der Fall ist, dass Ungarn, aber nicht nur Ungarn, auch bestimmte Teile Polens große Weideflächen hatten. Die waren wesentlich dünner besiedelt. Und Ungarn exportiert Schlachtvieh in Form von Ochsen in wirklich großem Stil. Man könnte von das, was wir aus Wildwestfilmen sehen, Viehherden, die über die Pärerie getrieben werden, von irgendwelchen Cowboys jetzt auf das europäische frühe Neuzeit übertragen. Ja, Hunderttausende von Rindern werden jährlich aus der ungarischen Tiefebene, aber auch aus bestimmten polnischen Gebieten nach Westen getrieben. Das ist die zentrale Fleischversorgung. Wiens, die Wiener Rindfleischküche, die hat dort ihren Ursprung. Aber auch diese ungarischen Ochsen, die gehen auch nach Augsburg, Nürnberg bis Straßburg und so weiter. Das heißt, es braucht auch viel Personal. Es gibt bestimmte Triebruten, es gibt bestimmte Orte, wo die großen Ochsenmärkte sind. Und der ganze Seewinkel im heutigen Burgenland war ein großes Gebiet, wo diese Tiere wieder zwischengeweidet wurden und aufgefettet wurden, bevor sie weitergetrieben wurden. Und das ist gleichzeitig auch ein großes Geschäft. Die großen Kaufleute, die riechen das sehr, sehr schnell und steigen da ein. Und wenn jetzt ein Kredit an die Hofkammer im 16. Jahrhundert vergeben wird, so ist eine Form von einem Kaufmann, so ist eine Form der Rückzahlung. Er kriegt ein bestimmtes Kontingent an Ochsen, das er zollfrei durchtreiben darf über die ungarische Grenze. Sonst wurde das dort verzollt, ein Ausfuhrzoll. Unser Kaufmann darf jetzt zollfrei 10.000 Ochsen. Er treibt die natürlich nicht selbst, aber so kriegt er sein Geld wieder. Die haben quasi den Braten gerochen, sprichwörtlich. Ja, das ist auch beim Getreidehandel im Übrigen so. Es gibt wiederum seit dem 15. Jahrhundert und im 16. und 17. Jahrhundert massiv zunehmend einen großen Handelsstrom aus dem Ostseeraum über die Nordsee bis hinein in den mediterranen Raum, wo Getreide exportiert wird. Und diese Nachfrage nach Getreide aus Westeuropa oder Nordwesteuropa, die Niederlande, ein Teil der Getreidevorabung der Niederlande schon im 16. Jahrhundert, basiert auf diesem Handel. Deshalb können die Niederlande dann auch vermehrt auf Viehwirtschaft setzen und eine sehr, sehr entwickelte Viehwirtschaft entwickeln mit Käseproduktion. Der holländische Gauder ist schon ein Handelsgut in der frühen Neuzeit. Aber diese Nachfrage führt wiederum in den Gebieten, wo das Getreide herkommt, dazu, dass dort der Adel wieder beginnt, eigene große Gutswirtschaften aufzubauen, auf der Basis der Arbeitskraft der Untertanen, die jetzt wieder verstärkt an den Boden gebunden werden und dass ihre Abgaben werden jetzt wieder stark, sind arbeitsbasiert. Sie müssen die Gutsflächen ihrer Herren bearbeiten und die Herren exportieren. Dieses Getreide überdammt sich, um sich französischen Wein, ein englisches Tuch und so weiter zu kaufen, was massive Auswirkungen auf die Sozialstruktur und die wirtschaftliche Entwicklung dieser Gebiete hatte. Bis in die rezente Vergangenheit. Was geht mich das an? Schauen wir auf die nächste Kategorie. Was geht mich das an? Kann man sagen, damals das Wissen, das man sich aufgebaut hat um die Kultivierung von Feldern, davon profitieren wir heute noch? Ja, natürlich. Hier gibt es einen Erfahrungsschatz. Man musste einfach lernen, eine halbwegs effiziente Getreidewirtschaft zu entwickeln und bestimmte Grundsätze gelten nach wie vor. Aber natürlich dann mit technologischen Erkenntnissen oder schlichtweg der Kunstdünger, das Haber-Bosch-Verfahren, wie kann ich Stickstoff aus der Atmosphäre in Dünger verwandeln? Das revolutioniert natürlich die europäische Landwirtschaft, aber hat massive Konsequenzen dann auch für die Böden. Wir kämpfen heute mit diesem Überschuss an Nitrat im Boden, der dann im Wasser landet und schließlich in den Ozeanen und dort massive Auswirkungen hat, die jetzt für den ganzen Planeten schon bedrohlich werden. Was noch dazu kommt, ist natürlich, dass man versucht, ständig zu selektieren. Jede unserer Kulturpflanzen ist eigentlich ein Klon, aber das ist eben nicht durch genetische Manipulation entstanden, sondern durch beständige Selektion. Ja, klar, wir sitzen da auf den Schultern von Riesen, haben viel daran herummanipuliert mit unseren neuen Technologien, wo wir jetzt langsam die Konsequenzen sehen. Und ja, die Biolandwirtschaft, die versucht ja wieder durch ausgeklügelte Fluchtwechselsysteme, organischen Dünger und so weiter, eigentlich auf Erkenntnisse zurückzugreifen, die vor dieser technologischen Revolution schon da waren. Zurück zum Ursprung. So geht uns da sehr wohl was an. Sozusagen. Ja, gut, zurück zum Ursprung. Gab es damals schon so etwas wie Spritzmittel? Also hat man gewusst, Ernteausfälle waren eine Katastrophe, hat man damals schon gewusst, wie man zum Beispiel irgendwelche Pflanzen gut schützen kann vor Schädlingen? Vieles, wo wir heute chemische Schmutzmittel einsetzen, ist auch wiederum importiert, reist durch die Welt. Wie wir auch heute sehen, dass dieser globale Austausch Flora und Fauna massiv verändert. Dort, wo ich mich gut auskenne, ist der Weinbau. Da ist es so, dass bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts der europäische Weinbau Probleme hatte mit Insekten, die da irgendwie herumfressen. Und zum Teil hat man die Käferlein dann abgeklaupt und so weiter. Mitte des 19. Jahrhunderts kommt der Mehltau dazu. Wir nehmen stark an, dass der importiert ist aus den Amerikas. Dann werden Rebsorten aus den Amerikas importiert. Und durch die Dampfschifffahrt geht das dann relativ schnell auf den Wurzeln dieser Rebsorten, die eigentlich zunächst einmal deshalb importiert werden, weil in Versuchsgärten, zum Beispiel in der neu gegründeten Weinbauschule in Klosterneuburg, der Direktor dort alle Rebsorten dieser Welt versammeln will, auch zu Lehrzwecken und so weiter, an den Wurzeln unsichtbar eine Laus sitzt, die dann, und vorher schon in Frankreich im Übrigen, zehn Jahre vorher, den gesamten europäischen Weinbau infrage stellt. Was muss man als nächstes tun? Man braucht jetzt ein Mittel dagegen. Zunächst versucht man das, indem man Schwefel in den Boden injiziert oder in manchen Gebieten die Weinbauflächen unter Wasser setzt. Das funktioniert schon ein bisschen, aber nicht wirklich gut. Also kommt man drauf, ja, man könnte ja eigentlich die europäischen Reben auf amerikanische Füße setzen, pfropfen, weil die Laus und die amerikanischen Reben, die leben schon seit sehr, sehr langer Zeit zusammen. Die amerikanischen Reben sind immun dagegen. Seitdem steht bis auf ganz wenige Regionen alle europäischen Kulturreben auf amerikanischen Füßen, aber mit dem Import jetzt dieser amerikanischen Reben im großen Stil als Unterlage, als Fuß für die europäischen Reben kommt der nächste Pilz, die Paranospora. Nächste Katastrophe. Also muss man jetzt Kupfer-Veteriol spritzen dagegen. Schauen wir auf die nächste Kategorie. Stars der Zeit. Gab es so etwas wie Gelehrte, die das alles irgendwo aufgeschrieben haben? Mit wie düngere ich, was pflanze ich wo? Oder waren das die Bäuerinnen und Bauern? Nein, nein. Es gibt eine breite Literatur und da gibt es schon antike Fortbilder. Columella, Cato. Aber im europäischen Spätmittelalter entwickelt sich dann eine richtige Literatur, die nicht bloß landwirtschaftliche Traktate jetzt verfasst, spezialisierte, sondern allgemein über Haushaltung schreibt. Es gibt einen veraltenden Begriff, Hausväterliteratur, weil das patriarchalische Haushalte irgendwie als Modell dienen und da hat die Hausmutter eine Rolle und der Hausvater eine Rolle, aber darin eingelassen sind im großen Stil Wissen über landwirtschaftliche Praktiken. Wolf Helmand von Hoberg, ein kleiner Adeliger, der zunächst im Waldviertel sitzt, Protestant ist, dann auswandern muss, verfasst ein sehr berühmtes und nach wie vor sehr beeindruckendes diesbezügliches Traktat, wo es um alle Aspekte der Wirtschaft auf einem kleinen Adelsgut, also Haus ist da und Hausvater ist ein bisschen reduziert, es kommt immer natürlich von oben, es sind gelehrte Adelige oder Bürger, die so etwas verfassen, aber das gab es im großen Stil. Wie weit das dann von der bäuerlichen Bevölkerung rezipiert wurde, wohl nur über Vermittlung, über Lesekundige, für die Pfarrer und so weiter spielen da eine Rolle, die dann anfangen von der Kanzel zu predigen, im Übrigen auch, baut es Kartoffel, baut es Erdapfel an, wenn ihr Hunger habt oder wenn die Getreideernte nicht reicht und dann bilden sich ab der Mitte des 18. Jahrhunderts richtige Gesellschaften, wieder hauptsächlich aus der Oberschicht besetzt, zunächst Landwirtschaftsgesellschaften, die Wissen verbreiten. Wenn es in Europa in einer Drei-Felder-Wirtschaft zehn Hektar Land braucht, um einen Haushalt zu ernähren, dann sind es in einer artischen Nassreiskultur, manchmal auch mit zwei Reisernten, reicht ein Hektar aus. Aber das führt dann dazu, dass das so dicht bevölkert ist, Arbeit so billig ist, dass das in einer Involution endet, immer mehr das vorangetrieben wird und dann auch eine wirtschaftliche Sackgasse darstellen kann. Gibt es gewisse Peaks im Bevölkerungswachstum, die man zum Beispiel auch auf die Einführung von, ich weiß nicht, einem bestimmten Lebensmittel Mais zum Beispiel zurückführen kann? Da bin ich mir unsicher, aber was wir sehen ist, ab dem 9. Jahrhundert, nach einem Tief im 6. und 7. Jahrhundert, beginnt die europäische Bevölkerung wieder zu wachsen. Das Ende des Römischen Reiches, das ist ein massiver Bevölkerungsgrund, auch aufgrund einer der sogenannten ersten Pest-Pandemie, die mehrere Jahrhunderte andauert. Dann wächst die europäische Bevölkerung, im Hochmittelalter wächst sie sogar sehr stark. Dann treten vermehrt Spannungen auf, um 1300. Es gibt eine große Hungersnot Hungersnot in Nordwesteuropa 1311, 12. Great Famine wird das bezeichnet. Dann gibt es einen neuen, totalen Schock. Das ist der Beginn der zweiten Pest-Pandemie, 1348. In vier, fünf Jahren stirbt, so die neuesten Schätzungen, mehr Richtung 50 Prozent der europäischen Bevölkerung, regional unterschiedlich. Das ist etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Dieses Wellental dauert an bis ins späte 15. Jahrhundert hinein. Und das 16. Jahrhundert hindurch wächst die europäische Bevölkerung wieder sehr stark, bis ins die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts hinein. Dann haben wir wieder ein neues Plateau, wenn nicht in vielen Gebieten, vor allem im Mitteleuropa, bedingt durch den 30. Jahrhundert Krieg, wieder einen starken Bevölkerungsrückgang und ab dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts wächst die Bevölkerung in Europa wieder fast überall stark. Und das führt zu Spannungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gefüge, die natürlich auch dazu führen, dass man jetzt versucht, da die Ressourcenbasis zu erweitern und die Kartoffel ist so typisch etwas zweiter Hälfte 18. Jahrhundert, die soll jetzt das Loch stopfen, das sich da auftut zwischen Nahrungsmittelversorgung und Bevölkerungswachstum. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie heute wieder bei uns waren. Österreich, die ganze Geschichte. Ein Podcast von ORF3.